So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und wie versprochen, zu meiner Rückkehr habe ich ja gesagt, wird es heute Abend Raids für Zuschauer noch geben mit Scarabon und Kangama. Thomas und ich hosten da wieder fleißig, was wir auf Twitch auch die ganze Zeit gemacht haben, aber da halt kaum jemand da war, weil ich musste mir einen neuen Account anlegen. Heute wird es bestimmt wieder ein bisschen stressiger, ein bisschen wieder mehr Lows und vorher möchte ich euch natürlich jetzt auch über den Hyperbonus Teil 3 informieren. Da sind ein paar Sachen dabei, wo ich jetzt schon gelesen habe, da freue ich mich besonders drauf, da habe ich wieder echt was zu tun. Auf der anderen Seite ist was dabei, wo man denkt, geil und dann merkt man plötzlich, naja, doch nicht so geil. Also, es ist auf jeden Fall viel Neues dabei, da hängen auch die zwei restlichen Spotlightstunden zusammen. Das stand ja auch noch aus, die zwei Spotlightstunden, die Ende des Monats kamen, waren ja noch nicht angekündigt. Ihr hattet ja gesehen, am 3. August gab es Magnetilo, am 10. August Schalellos, das Blaue und am 17. August gibt es dann das Rosane Schalellos. Für die meisten interessant, weil es das bei uns eigentlich nicht gibt, aber dann gibt, könnt ihr dann fangen. Und zwei Spotlightstunden wurden also jetzt auch veröffentlicht. Es gibt zwei neue Pokémon aus der 8. Generation. Dieses komische Eichhörnchen, dieses komische Schaf bietet sich natürlich optimal an. Ist ein neues Pokémon, vielleicht auf 100er Jagd zu gehen, Bonbons zu farmen, dass man dann gleich die auch entwickeln kann. Wenn man dann gleich die Entwicklung hat, die Pokédex-Einträge eben mitnimmt von den beiden Sachen. Am 24. August und am 31. August müsste jeweils immer ein Dienstag sein. Wer Bock hat, kann natürlich ganz viele Eichhörnchen am Dienstag sammeln und mit mir dann Mirror traden. Weil jedes neue Pokémon, was eingeführt wird, brauche ich ja wieder als Glücks-Pokémon. Ich habe alle Glücks-Pokémon, aber diese zwei neuen fehlen mir dann natürlich. Ich brauche also ein glückliches Eichhörnchen und ein glückliches Schäfchen, dass ich die dann entwickle, damit ich den Lucky-Eintrag habe, den 100er-Eintrag, den männlichen Eintrag, den weiblichen Eintrag. Da gibt es ein bisschen was zu tun. Andere sagen so, ich habe Eichhörnchen gefangen, cool, schmeiße ich weg. Aber ich möchte ja immer alles perfekt haben und alles voll. Wie die Namen sind, das erfahrt ihr gleich noch, denn wir haben auch wieder zwei schöne Artikel von pokefans.net und GoGames. Normalerweise ist das immer schön übersichtlich, aber irgendwie, weiß ich nicht, ist das alles halt nur so schwarz auf weiß, gar keine Bilder da. Ist schon ein bisschen älter jetzt der Artikel. Normal packen sie da immer die Bilder von den Shinies rein, dass ihr die seht und könnt sagen, boah, guck mal, wie toll die aussehen. Die Fünfer packen sie unten nochmal als Bild hin extra, aber irgendwie ist da nicht viel mit Bildern. Deswegen nehmen wir uns mal den von GoGames, gucken den uns an. Hyperbonus, 21, Teil 3, Gen 8. Ja, war ja noch nicht bekannt. Jetzt ist es bekannt, es sind theoretisch auch zwei Wochen, aber unterteilt in jeweils eine Woche, die verschieden ist. Ihr hattet jetzt Dialga zwei Wochen, ihr hattet Palkia zwei Wochen und dann habt ihr zwei Wochen die zwei Sachen, aber jeweils nur eine Woche. Wenn verständlich ist, was ich hier so meine. So, was müssen wir uns da noch angucken? Ist egal, Startdatum ist wichtig. Startdatum der 20. August. Wie immer, nehmt am besten euer Handy, schreibt euch das da rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Schreibt euch auch auf, wann welche Spotlightstunde ist. An das Datum schreibt das Pokémon hin und schreibt die Belohnung auch hin. Ihr seht das auch hier. Doppelt Staub, doppelt Fang-EP, doppelt Fang-Bomb-Boms, doppelt Verschick-Bomb-Boms und doppelt Entwicklungs-Erfahrungspunkte. Kann man ja alles übersetzen. Wir waren ja alle in der Schule irgendwann mal. Und können Englisch. Oder wir waren nicht in der Schule und haben Wrestling geguckt den ganzen Tag als kleines Kind und können daher Englisch. Deswegen nehmen wir das so mit. Also, schreibt euch alles rein, wann es anfängt. Zum Start, wenn der neue Fünfer natürlich dann kommt. Nach Palkia werden wir auch wieder einen Community-Raid machen. Vor Ort zehn Leute mitnehmen. Auch bei dem zweiten vor Ort einen Community-Raid. So wie es aussieht, wechselt das wieder an einem Freitag. Das andere bleibt dann bis Donnerstag. Dann wechselt das auch wieder am Freitag. Also wird es statt Dienstag die Community-Raits jetzt immer am Freitag die Community-Raits geben. Zehn Uhr das neue Ei. Ab elf Uhr kann das schlüpfen. Ihr wisst Bescheid, das ist immer das Gleiche. So, Details. 20. August bis 31. August. Dieser ganze Zeitraum. Details. Raffel, Wolli, Galaflampion, Unratütox und Legios erscheinen wild. Raffel und Wolli sind ja wohl dann hier diese zwei neuen Pokémon. Raffel müsste das Eichhörnchen sein. Wolli das Schaf. Wer hätte es gedacht. Die erscheinen wild, aber bekommen auch ihre Spotlight-Stunden. Gibt es nicht. Shiny ist also wurscht. Galaflampion. Das ist interessant, denn Flampion, das rote, ist ja ein richtig starker Feuerangreifer. Das ist in einem chinesischen Neujahr oder wo das wieder war, auch ganz oft erschienen. Habe ich mir auch eins gegönnt auf Level 50. Mit 100% Galaflampion hingegen ist er dann vom Typ Eis. Ist weiß. Und ist ein starker Eisangreifer. Also sammelt Galaflampion, sammelt Bonbon, sammelt XL, sammelt alles. Gönnt euch einen 100er und zieht auf jeden Fall eins hoch. Unratütox brauchst du nicht. Gibt es aber als Shiny Legios. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Auch ein neues Pokémon wahrscheinlich. Ja komm, wir geben mal schnell ein, damit es nicht so peinlich ist. Legios. Pokémon Go. Legios. Wir drücken nochmal drauf. Und wir haben ein, hier diese komische Raupe. Vom Typ Kampf. Achte Generation. Okay. Ist die cool? Ist die nicht cool? Ich weiß es nicht. Es wurde hier sehr an Bildern gespart bei den Artikeln diesmal. Also Legios, auch dabei, erscheint wild. Gönnt euch 100er, gönnt euch Lucky. Das hat keine Spotlightstunde. Das ist bestimmt auch seltener. Das ist dann so wie Emolga. Das ist das halt, weiß ich nicht. Man kriegt 1, 2 und dann war es das auch wieder. Gala Pokémon stehen im Vordergrund. Gibt es nämlich aus 7 Kilometer Eiern. Ich habe schon ewig keine 7 Kilometer Eier mehr gebrütet. Jetzt könnte sich das lohnen. Denn ihr kriegt Gala Mauzi, Gala Ponita, Gala Fleckmon, Gala Porenda, Gala Zickzacks, Gala Flampion und Gala Flunschlik. Wobei Flunschlik, Mauzi, Porenda und Smogmog erstmals schillernd erscheinen. Jetzt müsstet ihr ja hier brüten. Flunschlik, Mauzi, Porenda. Smogmog könnt ihr nicht aus Eiern brüten. Das war ja damals in Raids. Gab es nicht als Shiny. Jetzt gibt es das dann in Shiny. Ihr müsst das also eh raiden. Wer jetzt denkt, ihr müsst die ganze Zeit 7 Kilometer Eier brüten auf der Suche nach den Shinies. Was ziemlich bescheuert ist. Da ihr ja einfach nur, ihr müsst Geschenke haben, die ihr erstmal öffnen könnt. Braucht einen freien Eierplatz. Dann brütet ihr das aus. Dann ist da eins drin, was ihr eigentlich gar nicht wollt. Könnt ihr nicht gezielt drauf gehen. Das Gute ist aber, sie packen die Shinies auch in die Raids. Jetzt sagen wieder welche, ja, so eine Frechheit. Da muss man wieder Geld ausgeben. Ob ihr nun brütet oder raidet, ist beides theoretisch mit Kosten verbunden. Ich bin dann eher ein Freund des Raidens. Da du gezielt siehst, ah, ein Flunschlik-Raid. Also mache ich ein Flunschlik-Raid. Und bekomme ein Flunschlik. 7 Kilometer Ei brüten, wenn ich ein Flunschlik haben möchte, können 10 andere Dinge rauskommen, außer Flunschlik. Deswegen, Galaflunschlik, genau. Mauzi, Porenda, Smogmog in der schillernden Variante. Es gibt wieder befristete Forschungen für die Galapokemon. Raffelvolley, Legios kommen auch aus Feldforschungen. Ihr könnt für Legios also auch Feldforschungen machen, um das zu sammeln. Ein kostenloses Outfit im Shop. Im Shop, exklusive Aufkleber im Shop. Braucht man ja auf jeden Fall alle. Und die Raids sind natürlich unterteilt. Wie gesagt, es sind zwei 5er-Raid-Bosse in diesen zwei Wochen. Der eine die erste Woche, der andere die zweite Woche. Beide haben jeweils eine Raid-Stunde. Einmal ist eine Raid-Stunde Ende des Monats. Am Montag müsste also für das zweite sein, dass das am Montag eine bekommt, statt am Mittwoch. Was jetzt aber wichtig ist, wenn ihr euch das mal anguckt. Sieht alles hässlich aus, ich weiß. Aber hört zu, 20. bis 26. 8. ist Teil 1 von Teil 3. Also Teil 3.1. Da gibt es Galafleckmon, Galaporenda, Icognito U immer noch und Galazickzacks in Stufe 1 Raids. Zickzacks haben wir die ganze Zeit Raids für Zuschauer gemacht. Icognito ist die ganze Zeit da. Galafleckmon konnte man so fangen die ganze Zeit. Aber Galaporenda als Shiny im 1er Raid. Ihr müsst also nicht brüten. Ihr könnt in der ersten Woche Galaporenda Raids machen für das Shiny. Das finde ich auf jeden Fall richtig genial. Gleichzeitig im 3er Raid gibt es Legios, Labras, Galazmogmog. Galazmogmog als Shiny im 3er Raid. Ihr könnt also 3er Raids machen für Galazmogmog. Das würde sich perfekt wieder anbieten. Raids für Zuschauer am Dienstag, am Donnerstag mit Galaporenda und Galazmogmog. Einer lädt für Porenda ein, einer lädt für Smogmog ein. Die Leute, die ein Porenda-Shiny suchen, gehen dahin. Die ein Smogmog-Shiny suchen, gehen dahin. Ideal. Und das in einer Woche, also zweimal dann. An einem Dienstag, an einem Donnerstag gefühlt. Beziehungsweise, funktioniert das so? Ja, es startet am Freitag. Wir können am Dienstag und Donnerstag das so machen. Zweimal. Finde ich unglaublich genial. Und ich werde natürlich mit den kleinen Accounts. Einfach habe ich die ja da, habe ich ja zu Halloween gemacht. Für die Halloween-Starter mit Kostümen und Hüden, die shiny sein konnten. Werde ich auch auf Jagd gehen nach Porenda und nach Smogmog. Smogmog ist ja nur eine Sache. Galaporenda kann man auch entwickeln. Ihr braucht also zwei Porenda und ein Smogmog, um das voll zu haben. Da sind die kleinen Accounts auf jeden Fall beschäftigt. Die sammeln die ganze Zeit Münzen. Die sitzen jeden Tag in die Arena. Die kriegen Münzen, Münzen, Münzen. Und geben die nie aus. Und da können sie sie ausgeben für Pässe, 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 Pässe. Und ich muss nichts aufladen. Ich muss nicht reincashen. Ich muss kein Geld ausgeben. Gleichzeitig mit dem Main-Account werde ich Zackjahn raiden. Den Fünfer-Raid. Auch wenn der gar nicht so gut wird, wie man vorher dachte. Weil der auch wieder in die schwächere Form ins Spiel reinkommt. Und mit den falschen Attacken, so wie viele sagen. So ist das dann ungefähr wie bei Xerneas und Evil-Tal. Dass sich erst alle drauf freuen und dann alle sagen, okay, gibt's nicht als Shiny. Wurden genervt. Kommen nicht mehr auf über 5000, sondern nur noch auf 4.3 oder irgendwas. Interessiert also keinen mehr. Erst wenn es Shiny da wäre, würde es wohl die Leute mehr interessieren. Also Zackjahn und Zamazenda sind neu, sind nur eine Woche da. Kann man den täglichen Raid-Pass spielen, kann in der Raid-Mania natürlich eine Folge mitmachen. Aber ansonsten würde ich da nicht suchten, nicht aufladen, nicht abgehen. Bei Palker Dialga war es mir wichtiger, einen Hunderter zu bekommen. Weil die ja zurückkamen, auch als Shinies. Bei denen kann man es gemütlich angehen lassen. Mein Hauptaugenmerk wird auf den kleinen Raids liegen. Porrenda und Galasmogmog. Megabibor würde ein Megaraid sein. Aber das interessiert, glaube ich, auch keinen. Obwohl es das erste Mal ist, dass man Megabibor aus dem Megaraid bekommen kann. Gab's bisher nur über Aufgaben. Und dann vom 26. bis zum 1.9. Habt ihr wieder andere Raids. Diesmal schlüpfe nämlich Galamauzi, Galaponida, Icognito U und Galaflampion aus den Ina-Raids. Wobei ihr also Galamauzi als neues Shiny habt, was man im Ina-Raiden kann. Aus 3er-Raids gibt es wieder Legios, Relaxo und Galaflunschlik. Das heißt, wir haben Galamauzi im Ina, Galaflunschlik im 3er. In der zweiten Woche Raids für Zuschauer. Einer hostet das eine, einer hostet das andere. Und wir haben in der ersten Woche also Porrenda und Smogmog. Das heißt, alle vier neuen Galashinies können geradet werden. Werden wir euch anbieten. Darauf habe ich auf jeden Fall Megabock. Auch hier in der zweiten Woche werden die kleinen Accounts wieder zuschlagen. Ihr braucht... Was braucht ihr denn? Mauzi braucht ihr 2. Galaflunschlik braucht ihr 1. Also wie bei Smogmogflunschlik im 3er braucht ihr nur 1. Bei den anderen braucht ihr 2. Dann habt ihr die Familie voll. Der Main-Account wird wieder Zammazender raiden. Auch wieder eine Raid-Stunde an dem Montag dann am Ende. Und ansonsten den täglichen Pass und Mega-Tau-Boss in den Mega-Raids. Aber dafür werden wir keine Streams, keine Raids verschwenden. Irgendwann ist was da, was keinen interessiert. Dann können wir auch mal sowas machen. Die Mega-Raids kommen ja immer, immer wieder. Wiederholen sich immer wieder. Aber ich glaube, Hauptaugenmerk wird auf jeden Fall auf die 4 Galashinies gelegt. Auf die 2 neuen Raid-Bosse, die vielleicht am Wochenende trotzdem ihre Raids für Zuschauer bekommen. Außer man sieht, dass gar keiner Bock hat. Dann wird man vielleicht am Wochenende auch noch die Galashinies machen können. Sehen wir dann, wie euer Bedarf da ist. So, hier wird was erklärt. Was steht denn hier? Zakjan. Zakjan und Samazender sind das legendäre Duo der Galashinies. Die beiden sagenumobenen Pokémon beschützen seit Jahrzehnten die Region. Zakjan hat den Typ Fee. Verkörper das Schwert ist zudem auch das Cover von der Edition Schwert. Mit dem Item rostiges Schwert kann es seine Form König des Schwertes erlagern und wird so zum Typ Fee und Stahl. Samazender bildet das Gegenstück. Verkörpert Schild. Schmückt das Cover von der Schild Edition. Es ist ein legendäres Pokémon vom Typ Kampf mit dem Item rostiger Schild. König des Schildes wird Kampf und Stahl. Fazit. Einige neue Pokémon der Galaregion werden in Pokémon Go veröffentlicht. Primär jedoch die schillernden Varianten vieler bereits existierender Regionalformen wie Porrenda und Co. Für viele dieser Pokémon muss man entweder Eier ausbrüden oder Raids machen. Wodurch eine Jentik wieder mal zur Kasse bittet. Habe ich kein Problem damit, wie gesagt. Dafür habe ich meine Raid-Accounts. Hat nicht jeder, ich weiß, ist das Problem. Aber viele sagen, sie haben Bock und sie geben gerne Geld für ihr Hobby aus. Also heult nicht die ganze Zeit rum, wenn die da was in Eier packen, wenn die da was in Raids reinpacken. Es ist nur ein Spiel. Man muss nicht immer alles haben. Und vor allem, man muss nicht immer alles sofort haben. Damals, Funifra spawnt gerade momentan die ganze Zeit noch während des Events. Manche kriegen jetzt das Shiny. Haben beim Go-Face rumgeheult aus dem Rauch mit Ticketkauf. Sie haben kein Shiny bekommen. Sind übelst angepisst. Shitstorm gegen der Jentik. Jetzt Event. Funifra ist wieder vermehrt. Jetzt kriegt man das Shiny hinterhergeworfen, so gefühlt. Also ihr müsst nicht alles sofort haben. Es gibt immer so oft Möglichkeiten, Dinge zu bekommen. Dinge kommen wieder rein. Also chillt einfach alle mal. Es ist, wie gesagt, nur ein Spiel. Wer alles sofort haben will und rein-cashen, damit kein Problem hat, ist doch okay. Wer nicht rein-cashen will, der soll halt nicht rumheulen. Der soll sehen, es ist nur ein Spiel. Der macht einfach nur euer Ding. Macht das, was ihr für euch möglich und im Rahmen haltet. Dann passt das. Einen tatsächlichen Bonus gibt es nicht. So. Raids machen. Negative Schlagzeilen werden vergessen hin und her. Das ist eigentlich alles gesagt. Also das war's. Es kommen neue Shinies aus der Galar-Region. Es kommen neue Pokémon aus der Galar-Region. Es kommen zwei Legendäre aus der Galar-Region. Es wird also dann hier diese zwei Spotlight-Stunden geben. Bin ich mal gespannt, wie das aber aussieht mit diesem Legios. Wie oft das wirklich wild spawern denn das dann als Lucky zu bekommen, wird dann wohl wieder ein Lucky Trade, ein garantierter Lucky Trade mit einem Glücksfreund werden. Während man die aus der Spotlight-Stunde wohl einfach massenhaft hin und her tauscht, bis es Lucky wird. Ich freue mich auf jeden Fall besonders auf das Raiden der neuen Fünfer. Warum nicht? Nehmt mal gerne mit. Bringt Abwechslung rein, auch wenn die jetzt nicht stark sind. Wohl gemerkt. Und ich freue mich aufs Raiden mit den kleinen Accounts auf die ganzen Galar-Shinies und die Raids für Zuschauer folgen. Denn das macht irgendwie am meisten Bock, wenn wir zwei anbieten und ihr euch entscheiden könnt, nehmt ihr das oder das. Da kriegt der Kanal doch trotzdem nochmal ein bisschen einen Tritt in den Arsch. Jetzt, wo wir alles verpasst haben, wieder mittendrin zurückkommen. Und heute Abend habt ihr also auch die Möglichkeit, Scaraborn und Kangama zu raiden. Wer noch Bom-Boms braucht, wer XL, wer IV braucht, wer das Shiny noch braucht. Heute Abend 18 Uhr, hier auch auf YouTube, nicht auf Twitch. Twitch muss ich gucken, was ich damit mache. Wie gesagt, werde ich vielleicht trotzdem weiter streamen, aber andere Dinge. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Meine kleine Berichterstattung. Viel zu ausführlich wieder mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.